Dann ist ja die Frage wahrscheinlich oft, ich möchte weg vom Dringenden und hin zum Wichtigen. Ich glaube, das ist einer der primären Gründe für so einen Wunsch, der da ist zum Beispiel, mehr zu lesen, mehr in der Fachliteratur zu verweilen, mehr eben an verschiedensten Prioritäten zu arbeiten, die das Business vorantreiben würden, die dein Team irgendwie aus der Position herausbringen oder aus dem Schlamm, auf Deutsch übersetzt, in dem du gerade drin steckst sozusagen. Und da ist natürlich dann schon die Frage und auch, glaube ich, sich auch einmal gut, sich das ein bisschen, sozusagen, leg dir einen Zettel mal nebenbei hin und find mal so ein bisschen raus, mit was verbringst du die Woche eigentlich? Ja, diese Stunden, also das könnte dann sich in Stunden äußern, aber einfach mal rauszufinden, was ist ich? Also wenn du alle Viertelstunden zum Beispiel mal dich vielleicht daran erinnern lässt und dann irgendwie ein Hackerl machst und dir vorher vielleicht ein paar Kategorien überlegst auf einem Zettel, ne, du hast halt irgendwie E-Mails, Besprechungen, One-on-ones, Thema 1, 2, 3, 4, 5, die halt irgendwie auf deiner Liste gerade stehen, Vorgesetzter und so halt. Und dann könntest du irgendwie alle paar Minuten dann mal einen Haken machen, wo du jetzt gerade dran bist, um einfach mal so ein grundlegendes Gespür dafür zu bekommen, ob du sozusagen von deinen 45 Stunden, nehmen wir mal beispielhaft her, irgendwie 40 damit verbringst, irgendwem hinterher zu hecheln und zu schauen, dass das Ding nicht unterm Hintern explodiert oder hast du da Zeit, um irgendwie aktuelle Entwicklungen zu behandeln, um strategische Überlegungen anzustellen, um an wichtigen Themen zu arbeiten, die die Zukunft verändern werden, je nachdem, ob du Sales-Aktivitäten dabei hast, bist du auch im Sales tätig und machst da entsprechend genug. Vielen Dank.